Hallo lieber Steinbock, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute eine Ich-und-Du-Legung für dich machen. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, also schauen wir mal. Hier schaue ich dich an, hier dein Gegenüber, Steinbock. Du weißt, wie es läuft, es schauen hier sehr viele Leute zu, es ist eine Kollektiv-Legung. Es ist gut möglich, dass du dich hier siehst und dein Gegenüber hier. Okay, das kann passieren. Also, schauen wir mal. Für Steinbock, Steinbock, Steinbock. Steinbock, was ist hier bei dir los? Zwei der Stäbe hier, Zukunftspläne. Zukunftspläne, ich habe so den Eindruck, dass du deine Zeit neu berechnest, deinen Tagesplan neu berechnen musst. Da gab es irgendeine Veränderung in deinem Leben, die Anpassungen benötigt in deinem Leben. Vielleicht hast du einen zusätzlichen Job, vielleicht hast du jetzt ein Hobby, dem du regelmäßig nachgehen musst, die du dann jetzt in deinem Leben, dass du jetzt in deinem Leben einplanen musst, schauen musst, habe ich Donnerstag am Abend Zeit oder würde Mittwochvormittag besser passen, wie mache ich es dann mit XY, solche Dinge. Du bist momentan das so am Planen, sehr konkrete Tagesplanungen sehe ich vor meinem geistigen Auge. Okay, was hier auf der Gegenseite Losmäßigkeitskarte ist, hier vorher auch bei Schütze hier gekommen. Das ist die Schütze-Karte. Bei Schütze war das vor allem die Besessenheit des Gegenübers mit Schütze. Bei dir geht es hier darum, dass dein Gegenüber momentan ziemlich zurückgezogen ist. Dieser Mensch scheint momentan, oder so wie du deine Tage planst, oder so diese Berechnungen machst in Bezug auf deinen Tagesablauf, so macht dieser Mensch momentan Berechnungen in sich. Nicht im Sinne von berechnend, sondern im Sinne von interne Gespräche mit sich selbst. In Bezug auf das, was das Herz betrifft, in Bezug auf das, was seine, ihre Natur betrifft. Weil bei der Mäßigkeitskarte sehen wir diesen Engel einen Fuß ins natürliche Wasser hier halten. Es geht um die Natur dieses Menschen. Das ist der Moment, wo du dich hinsetzt, dich fühlst, ja, dich, deine Natur fühlst und dich ganz ehrlich fragst, oder will ich X überhaupt noch, will ich Y überhaupt noch, passt Z überhaupt noch zu meiner Natur, ja oder nein. Okay, das ist das. Was ist hier bei dir auf Herzensebene los? Ach, der Kelche hier. Du scheinst hier sehr auf deine Tagesplanung konzentriert zu sein. In Bezug auf dein Herz hast du dich hier von der Vergangenheit verabschiedet, Steinbock. Das ist ziemlich interessant, bei Schütze ist das so gekommen. Ich habe die Karten sehr gut durchmischt. Ich mische sie auch vor der Aufnahme, ja, mische ich sie gründlich. Bei dir ist es hier auf Herzensebene. Ich habe das Gefühl, dass du momentan in der Liebe keine Erfüllung siehst. Bei zwei der Stäbe sehe ich nicht, dass du hier mit jemandem zusammengekommen bist und dich nun fragst, wann kann ich diesen Menschen am besten treffen, wie integriere ich das in meinen Alltag oder so. Hier geht es um andere Dinge, um Hobbys, um neue Dinge, die du im Alltag tust. Vielleicht hast du dir eine Katze zugelegt und so. Ja, es sind Dinge, die deinen Lebensplan betreffen, deinen eigenen. Und momentan bist du nur damit beschäftigt und suchst in dem, was in all denen, die du zurückgelassen hast, suchst du keine Zukunft momentan. Man sieht dich hier mit diesem roten Cape, ja, rot für die Liebe, sieht man dich hier verabschieden. Hier sieht man dich auch mit diesem roten Cape. Es ist so, wie wenn du sagst, jawohl, ich glaube weiterhin an die Liebe und ich werde die Liebe auch irgendwann in meinem Leben haben. Aber momentan oder mit dem, was ich in der Hand habe, gibt es da keine Liebe momentan. Ich muss mich jetzt auf meine Pläne konzentrieren, sagst du. Du bist hier auf Herzensebene bei deinem Gegenüber, der Gehengte hier. Dein Gegenüber ist momentan Situationen am Überdenken. Es gibt gewisse Dinge, die dein Gegenüber für so und so gehalten hat. Und jetzt muss dieser Mensch einsehen, dass es etwas, dass es ganz anders ist, wie bisher gesehen. Das ist, wie wenn dieser Mensch da eine Ex-Freundin hat, einen Ex-Freund hat, den er sie als sehr korrekt, sehr treu, sehr aufrichtig erlebt hat. Und jetzt, oder jetzt, da er sie schlauer geworden ist, oder wir werden immer schlauer im Laufe unseres Lebens, sieht plötzlich dieser Mensch, wie umgekehrt das Ganze eigentlich war. Und das ist bei uns allen der Fall. Wenn wir mal unsere erste Liebe betrachten, unsere erste große Liebe, dieser perfekte Kerl da, wenn wir uns mal ganz genau erinnern, waren das sehr komische Beziehungen, die wir damals geführt haben. So im Jugendalter, das waren keine gesunden Beziehungen. Aber die benötigt man ja eben, um das zu erleben und im Nachhinein zu erkennen, hey, so sollte es eigentlich nicht laufen, eigentlich sollte es so und so laufen. Und das ist bei deinem Gegenüber der Fall. Ich habe das Gefühl, das habe ich schon bei einem anderen Sternzeichen so gefühlt, ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich habe das Gefühl, dass dein Gegenüber irgendwas gesehen hat, irgendwas gehört hat, dass bei ihr, bei ihm etwas getriggert hat. Und ich habe es bei diesem anderen Sternzeichen schon gesagt, und es kommt mir jetzt schon wieder von meinem geistigen Auge, ich sehe wieder Amber Heard von meinem geistigen Auge. Und ich denke bei ihr, oder diese Sache zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Frau, ich denke, dass da sehr viele Menschen zuschauen und Dinge an ihr erkennen, die sie an andere Menschen erinnern lässt, wo dann plötzlich, ich habe zum Beispiel, als ich ihr zugesehen habe, so abtörmend sie auch ist, sie erinnert mich sehr an meinen Bruder. Sie hat mich persönlich, oder bei mir hat das das ausgelöst, dass sie mich an meinen Bruder erinnert hat. Und ich denke, oder ich habe das jetzt auch immer wieder bei diesen Legungen gespürt, dass diese Gerichtsverhandlung einen ziemlichen Effekt auf die Menschen hat. Plötzlich sieht man in seiner ganzen Glorifizierung, was eine toxische Beziehung auslösen kann, wohin es führen kann. Jeder sieht etwas in sich bei beiden Seiten. Königin der Stäbe hier auf deiner Seite, Steinbock, das ist die Art und Weise, wie dein Gegenüber dich sieht. Dein Gegenüber hat das Gefühl, dass du eine Person bist, die absolut weiss, was sie will, sich gar nicht beirren lässt, sich gar nicht vom Fokus abbringen lässt hier. Dein Gegenüber hat überhaupt nicht das Gefühl, dass du da rumsitzt und um ihn, um sie weinst. Er, sie ist überzeugt, dass du hier hinter deinen eigenen Plänen her bist und dich nicht aufhalten lässt durch diese Warterei, die er, sie hier veranstaltet. Okay? Wie siehst du dein Gegenüber? Die Liebenden hier. Nee, du siehst diesen Menschen genauso, wie er, sie auch drauf ist. Sie erkennt einander ziemlich gut. Ist interessant. Die Liebenden hieß ursprünglich The Choice, also die Entscheidung. Bei den Liebenden geht es nicht darum, dass man die Liebe seines Lebens trifft oder so. Bei den Liebenden geht es darum, dass man Entscheidungen trifft, die das Liebesleben dann nachhaltig verändern. Zum Guten oder zum Schlechten. Und dir ist klar, dass dieser Mensch hier eben vor einer Entscheidung steht oder da an einem Punkt ist in seinem Leben, wo er, sie große Entscheidungen treffen muss, wo die Sein, ihr Privatleben sehr beeinflussen werden. Okay? Das siehst du hier absolut. Das ist ziemlich interessant. Ich sehe hier zum ersten Mal ein Paar oder zwei gegenüber, die einander so gut einschätzen können und gleichzeitig keinen Kontakt haben. Die meisten hier haben keinen Kontakt. Ich sehe es sofort. Aber doch weißt du ganz genau, was bei deinem Gegenüber läuft und dein Gegenüber weißt ganz genau, was bei dir läuft. Haben wir da was Telepathisches hier? Das hier ist dieser Scheideweg, an dem sich dein Gegenüber hier trifft. Die Warterei wird hier schon bald enden. Dieser Mensch ist auf und dabei, hier mit lautem Getöse bei dir aufzutreten, Steinbock. Es geht hier nicht mehr lange. Es geht hier nicht mehr lange. Ich habe hier die 12. Große Arcana, der Gehängte. 14. Große Arcana, Mäßigkeitskarte. Dazwischen ist die Todeskarte, die 13. Große Arcana. Und hier haben wir sozusagen Menschen, die aus ihren Särgen hervorkommen, ja, aus den Toten hervor. Du hattest das eigentlich schon längst in deinem Kopf beendet. Aus den Gräbern hervor kommt hier plötzlich jemand aus deiner Vergangenheit, den du, den, die du metaphorisch für tot gehalten hast, sozusagen für tot erklärt hast und hier versiegelt hast. Puff, plötzlich hervor. Mit dem Namen hier hat dieser Mensch ein Angebot für dich. Ja, da geht dieser Mensch ein Risiko plötzlich ein. Es ist gut, wir haben hier drei große Arcana bei deinem Gegenüber. Es ist gut, dass du dich hier nicht aufhalten liest, Steinbock, dass du hier weiterhin deinen Themen nachgehst, weil große Arcana sind Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Dein Gegenüber muss sich diese Zeit nehmen. Dein Gegenüber muss sich hier gedulden, muss sich hier Zeit nehmen für diese Entscheidung, weil es einfach eine sehr große Sache ist. Und das kann man nicht bestimmen. Du kannst nicht sagen, okay, morgen um 15 Uhr möchte ich wissen, was mein Herz will. Das geht nicht. Es ist ein Prozess und es ist gut, dass du dich da nicht irgendwie hindern liest auf deinem Weg, dass du weiter in deinen Weg gegangen bist, weil du hast keinen Einfluss drauf, dein Gegenüber hat auch keinen Einfluss drauf. Du hast dir auf jeden Fall einen Samen gesetzt und hast nicht am Sprossen da gezogen, damit es noch schneller wächst, sondern hast dir abgewartet, hast dir sozusagen ein bisschen abgewartet, bis das gedeiht und blüht und dein Gegenüber dann eine entsprechende Entscheidung in Bezug auf euch beide fällen kann. Okay. Wenn du hier dir täglich an den Haken gezogen hättest, damit sie schneller wachsen, ja, das ist jetzt metaphorisch gemeint, dann wäre das Ganze schief gegangen. Aber da du hier nicht täglich an deinen Haken gezogen hast, sondern abgewartet hast, dass sie wachsen, kommen hier positive News auf dich zu. Okay. Da kommt jemand, wo du schon längst du hoffnig aufgegeben hast, aus der Versenkung heraus und geht mit einem Risiko auf dich zu. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier, Steinbock, werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.